Rated K for Kaiser Katana Kaiser Katana Produktion 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 Let's do the Hyper-Extreme Carry, let's play Banjo-Tooie Part 41, let's play Prey, Deutsch und Blind. Naja. Dieses Beben, was geschieht hier, das darf nicht sein, oh mein Gott. Na endlich, der macht's wenigstens kurz, Bisch. Zack, drin, zwei, drei Sprüche, und fertig. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir sieben Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Klack. Der Blick ist jetzt cool. Full of Excessi. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein. Es war nicht seine Kraft, die es unterschätzte, es waren die Kräfte des Triforz-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt und dem Triforz der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Und nie wirst du Zelle retten. Wagst du erst mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Guck, kurzer Prozess, geht's mir eine Minute, fertig. Ja, Navi bleibt oben ganz ruhig, das wär nie was gewesen. So. Die einzigen zwei Kleinigkeiten, die wir jetzt hier noch machen, ist ins Schloss kurz rein eiern. Die Goldhandschuhe holen und das letzte Upgrade für unsere Energie holen. Und das war's dann auch erstmal, weil das Schloss kommt dann in den nächsten Teil. Weil jetzt hab ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr großartig noch was zu machen. Muss eh gleich einkaufen und so, ne? Du 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 du. Was sind eigentlich Stand-Sculpt-Tullen? Würde mich mal interessieren. 60, 70? Oh, 70 fast. 31 Sculpt-Tullen fehlen noch. Ja, das ist schaffbar. Da sind ja locker schon 10 in irgendwelchen Löchern verkraben. Ähm, Rauru melde dich. Katana, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal am Ganondorf-Schloss zu legen. Ähm, der Wachtturm des Schlosses ist auch der Teufelzum genannt. Ähm, wird vor den sechsten Siegeln des Bösen blockiert. Ähm, brich du dir, brich die Siegel. Dringe in den Turm an und rette Brücke aus dem Zelda. Oder... Ja, von der Zora, vom Blau kommt relativ wenig, ne? Faule Kuh, ey. Und hier ist meistens Gelb auf der Brücke. Blau, guck mal, der furzt da. Ist ja nix. Die Reihenfolge der Farben stimmt nicht. Gelbes Siegel? Grünes Siegel? Blau? Lila? Rot? Orange? Ne, orange als letztes Jahr. Die ersten zwei auch noch, aber dann war ja eigentlich Feuertempel. Also von der Standard-Reihenfolge in der man das machen sollte. Ja, komm, aber je nach. So, wo ist das Symbol des hässlichen Lichts? Das ist Licht, das ist das. Da ist grün, da ist blau, dann ist da hier... Oh. Ja, auch noch ultra falsch gelaufen. Wir müssen erstmal ins Schattensiegel. Fürs Schattensiegel brauchen wir aber die hier. Und brauchen das hier. Weil ich mich nicht ganz täuscht. Was ich seltenst tue. Und die Stiefel wären nicht schlecht. Ich glaub, hier kann ich nen Block der Weisheit hinmachen, da... Ich mein, ich komm mal so zur Kiste, aber nicht zurück wahrscheinlich. So, ich doch. So. 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 Ich brauch'n an Stahlhammer-Frei. So. Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Ohne die. Ohne die. So. So. Ohne die. Okay, Moment. Controller-Plugin war fetzig wieder ohne. Ups, stimmt ja, wenn der Controller-Plugin noch so kacke ist, läuft der so gekloppt. Ups, jetzt sollte man sogar den Tickel übereilen. Nein! Okay, vielleicht hab ich sogar Glück und krieg das Ding auch so. Oh, Glück ab. Ich muss ganz durch. Ne, das war mal anders da. Oh, gibts doch nicht! Ja, wenn du mich runter eierst, schwör's dir. Pissig. Alter, wie der schwul aussieht mit seinem roten, grünen und gelben. Der heißt Mohenny. Wenn wir ihn nicht ewig zeiten, um die Dinger zu holen. So. Ah, wer fängt zu lang, genau. Die Goldhandschuhe. Link! Die Goldhandschuhe. Da. Das war's für win. Die Goldhandschuhe.